Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blog Trainer. Im heutigen Video geht es darum, dass die Inflation des US-Dollars auf 9,1% angestiegen ist und trotzdem US-Dollar und Euro eine sogenannte Parität bilden, also dass ein Dollar genauso viel wert ist wie ein Euro und damit der Euro zum US-Dollar seit Jahresbeginn um über 11% abgewertet ist. Ja und das bedeutet für uns, das ist eine extrem schwierige Situation. Mehr dazu im Video. Ja, so sieht es aus, wenn man sich den Euro-Dollar-Kurs jetzt auf Google anschaut. Wir sehen das hier, wir stehen jetzt hier wirklich bei genau einem US-Dollar für einen Euro und wenn wir hier auf den Jahresanfang 2022 schauen, dann standen wir bei etwa einem Dollar 12, einem Dollar 13 pro Euro und das heißt, wir sind ja über 11% abgewertet jetzt und das ist kein gutes Zeichen, denn der US-Dollar, der ist eigentlich brutal ausgeweitet worden in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Wir sehen das hier auf dem M2 Money Supply, also der Geldmenge der USA. Wir sehen hier, wie in den letzten zweieinhalb, drei Jahren die Geldmenge brutal ausgeweitet wurde, eben teilweise sogar mit einer kerzengeraden Anstieg nach oben und wir sehen natürlich, dass jetzt hier gerade, wenn man es mal in einer ganz nahen Betrachtung anschaut, hier die Geldmenge sogar ein wenig wieder sinkt und da gibt es einen Grund für und das ist, dass die USA vor kurzem ihren Leitzins erhöht haben. Das heißt, die Zinsen, wenn man sich jetzt einen Kredit nehmen möchte als Bank, die werden höher. Ja und diese Geldmenge, die man da sieht, das ist nicht diese klassische Gelddruckmaschine, die das Geld druckt und dann fliegt das Geld daraus, sondern das sind Kredite, die zum Beispiel an die Wirtschaft vergeben werden oder an staatliche Organisationen oder womit Staatsanleihen gekauft werden. Diese Kredite werden eben benutzt, um künstlich die Wirtschaft nach oben zu treiben. Ja und dieses künstliche Nachobentreiben der Wirtschaft sorgt für Inflation, weil die Geldmenge sich ausweitet und damit alle Produkte teurer werden. Und das kann man nur bis zu einem gewissen Grad machen, weil ab einem gewissen Punkt kommt man unter Umständen in so eine Hyperinflation. Da muss man so schnell Geld drucken, dass diese Kerze, die da so gerade nach oben ging, die wir gerade gesehen haben, halt immer steiler geht. Und das kann man nur damit bremsen, indem man das Geld temporär erstmal wieder abhärtet. Und das ist das, was wir gerade sehen. Die Zentralbank, die amerikanische Zentralbank, hat genau das gemacht vor jetzt ungefähr einem Monat, eben den Leitzins mehrfach erhöht. Ja und trotz dieser Erhöhung sehen wir gerade, dass die Inflation wieder angestiegen ist. Das ist auch eine große Überraschung für viele, also für eigentlich alle Ökonomen, die nämlich gesagt haben, hey, nach der Leitzinserhöhung der Federal Reserve Banken sollte jetzt eigentlich nämlich genau das Entgegengesetzte passieren. Das heißt, die Inflation sollte rückgängig sein. Und da sehen wir, dass diese Geldschöpfung einen immer sehr verzögerten Effekt mit sich bringt. Das heißt, die Inflation kann in der nächsten Zeit auch noch weiter ansteigen, obwohl es immer schwieriger wird, neues Geld jetzt aus dem Markt zu nehmen, weil es eben Zeit braucht, bis das Geld in diesen Märkten landet. Und das sorgt dafür, dass natürlich jetzt Unternehmen schwieriger Kredite nehmen können. Das heißt, wenn sie jetzt ihren Betrieb, der daran gewohnt ist, billiges Geld zu bekommen, ohne dass man das Geld jetzt verdient durch den Verkauf von Produkten, sondern einfach nur, weil Geld nachgeschoben wird, wenn man jetzt seine Unternehmensstrukturen daran angepasst hat und jetzt kein frisches Geld bekommt, kann das sein, dass die Unternehmen pleite gehen. Und das ist dann diese sogenannte Rezession. Also der Moment, in dem die Wirtschaft zum Stocken kommt. Das frische Geld fehlt, der Wirtschaftsausschwung ist vorbei, Unternehmen kollabieren im schlimmsten Fall sogar und reißen dann ganze Unternehmensbereiche mit sich runter. Mal als Beispiel die Automobilbranche, wo es Zulieferer von Metall gibt, von gepressten Autoteilen, von Gummi, von allen möglichen Dingen, die eben damit zusammenarbeiten. Die wären dann alle betroffen, wenn so eine ganze Automobilbranche in sich kollabiert. Ja, und genau das ist dieser schmale Grat, den hier solche Zentralbanken gehen. Immer so ein Grat zwischen Inflation und Rezession. Eben Geld in den Markt reinschütten, alles geht nach oben. Gerade jetzt in der Zeit, wo wir mit Joe Biden da sind, versucht die Zentralbank eine andere Richtung einzulegen. Eben das Geld wieder ein wenig abzuherden. Rezession, also der ganze Markt geht wieder runter. Und zu Zeiten von Donald Trump, der aus dem Lager der Republikaner kam, da ging es nur darum, alles nach oben zu treiben. Die Preise nach oben zu treiben für Aktien, für eben diese ganzen Dinge, wo die großen Investoren investieren. Und da sieht man auch schon, das sind die beiden Kontraparteien in den USA, das sind die Demokraten, die sagen, hey, nee, wir brauchen hartes Geld, die armen Leute müssen sich was leisten können. Und die Republikaner, die sagen, nein, pump, neues Geld in die Märkte rein, wir sind dort groß investiert, wir wollen davon profitieren. Ja, und natürlich hat man dann wirtschaftlichen Aufschwung. Und ja, auch andere Länder können davon profitieren. Denn der US-Dollar, der ist Leitwährung. Und das heißt, alle anderen müssen sich am Dollar orientieren. Und wenn der Dollar jetzt in seiner Form inflationiert, wie zu Zeiten von Trump und in diesen ganzen Zeiten der Corona-Krise, können andere Länder das auch tun, ohne dass das eigene Geld zum Dollar abwertet. Und damit kann man natürlich die eigenen Unternehmen unterstützen, die eigene Wirtschaft unterstützen. Beispielsweise kann man den eigenen Unternehmen erlauben, Banken zu gründen, wie der VW-Konzern das getan hat. Und diese Banken können dann ihren Kunden Gelder leihen und mit diesen Geldern können dann die Autos gekauft werden. Das heißt, Autos werden gekauft aus einer Wirtschaftsleistung, die noch gar nicht wirklich da ist. Eben auf Basis von Schulden. Und so hat der VW-Konzern bereits 2020 einen Schuldenberg von 192 Milliarden Dollar angehäuft. Ja, und wenn diese Schulden von den Menschen nicht mehr bedient werden können, weil jetzt, ich sag mal, die Kreditlast höher wird, dann haben wir ein Problem. Dann kann der Konzern in Zukunft weniger Autos verkaufen und dann kann er weniger Mitarbeiter bezahlen. Dann kommen wir in diese Rezession und dann kollabiert alles in sich zusammen. Zusätzlich haben wir natürlich einen gewaltigen Druck aus den USA und vielen anderen Märkten, wo mittlerweile die Automobilbranche auf Elektro umsteigt und uns nach und nach so ein bisschen den Rang abläuft. Und das hier ist nur ein Unternehmenszweig, ein Bereich, den ich gerade als Beispiel daran ziehe, warum die aktuelle Situation so ein Problem ist. Denn unsere Produkte und Dienstleistungen, die wir vor allem ins Ausland verkaufen, die gehen weit zurück, weit zurück in Bezug zu den Dingen, die wir einkaufen. Wir haben das erste Mal seit 1990 den Zustand erreicht, dass wir mehr Produkte und Dienstleistungen einkaufen, als wir verkaufen. Wir waren ein Industriestandort, eine Industrienation. Wir haben mehr verkauft, als wir eingekauft haben. Das war gut für uns. Das war auch gut für unser Geld. Damit haben wir mehr oder weniger in den ganzen Euro-Raum sogar gestützt. Ja, und das ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Und jetzt haben wir ein riesengroßes Problem. Die USA, die haben ihre Geldmenge brutal ausgeweitet und wir haben es nicht mal ansatzweise so schlimm getrieben wie die im prozentualen Verhältnis und trotzdem wertet gerade der Euro schneller zum Dollar ab. Und das liegt auch daran, dass die Investoren in kurzfristigen Phasen, wenn Krisen drohen, lieber wieder in die Fiat-Währung flüchten, als in irgendwelche anderen Sachgüter oder in irgendwelche Währungen, die eben weniger Vertrauen haben. Und die Währung mit dem größten Vertrauen ist eben die Leitwährung. Deswegen ist sie ja die Leitwährung, also der US-Dollar. Und das heißt, die Leute verkaufen jetzt Euro, also die Investoren verkaufen Euro für US-Dollar. Und das setzt den Euro noch mehr unter Druck. Und das heißt jetzt, wenn wir Produkte aus den USA kaufen wollen oder Dienstleistungen, die wir teilweise auch brauchen, um unsere Güter zu produzieren, heißt das, wir müssen mehr Geld aufbringen, mehr Kaufkraft aufbringen. Und umgekehrt können die USA jetzt viel günstiger unsere Produkte kaufen, weil der US-Dollar zum Euro aufgewertet ist. Ja, und das setzt natürlich den Euro und auch andere Währungen massiv unter Druck. Wir schauen uns das Ganze mal an, wenn wir normal im Vergleich hier zwischen Euro, den sehen wir hier in blau, dem japanischen Yen, der ist hier in braun gekennzeichnet, und den Schweizer Franken in lila betrachten, dann sehen wir, dass die alle momentan auf einem absteigenden Ast sind. Und die Schweizer Franken, mal als Beispiel, aber ebenfalls neben dem US-Dollar ein eigentlich sehr hohes Vertrauen genießen und auch eine relativ niedrige Inflationsrate aktuell haben, von knapp über 3%. Und ganz krass ist natürlich hier der Vorfall hier mit dem Yen, der hier in braun dargestellt ist, denn was passiert ist in der Zeit, wo Trump an der Macht war und das Geld, sag ich mal, billig war und der Dollar massiv ausgeweitet wurde, in dieser Zeit konnten die Japaner massiv davon profitieren, weil sie konnten ihre Geldmengen auch ausweiten, ohne dass der Yen massiv in sich kollabiert wäre. Vertreter der MMT, der sogenannten Modern Money Theory, die so ein bisschen sagt, hey, der Staat kann so viel Geld drucken, wie er will, Geldschöpfung in dieser Form, also Geldneuerstellung, hat nichts mit Inflation zu tun, haben Japan nämlich immer als Beispiel herangezogen, wenn man das nämlich mal hier betrachtet, vor 2022, Japan hat massiv Geld ausgeweitet und hat den Kurs relativ stabil zum Euro gehalten. Und das konnten sie, weil sie von diesem massiven Geld Staatsanleihen gekauft haben und durch diese Staatsanleihen der Japaner wenig Rendite abgeworfen haben, was gut war. Aber jetzt haben wir eben die Situation, dass eben dieser neue Richtungskurs, den die Amerikaner eingelegt haben, vor allem mit Joe Biden, dazu führt, dass nämlich der Dollar mit seiner Zinserhöhung jetzt auch Währungen wie den Yen massiv unter Druck setzen und jetzt rächt sich diese Geldmengenausweitung, die die Japaner in den letzten Jahren getrieben haben, brutal. Also der Yen ist, wie man hier sieht, noch viel, viel schneller abgewertet als der Euro und natürlich viel schneller abgewertet als die Schweizer Franken. Und so hängt alles irgendwie miteinander zusammen und alles orientiert sich mehr oder weniger an den Entscheidungen der Amerikaner und jedes Land, was sich nicht ganz an diesen Entscheidungen orientiert oder nicht mit der Geldmenge, die ihm zur Verfügung steht, gut haushaltet, also die eigenen Wirtschaftszweige ausreichend unterstützt, die können danach extreme Probleme bekommen. Und das trifft gerade leider auch auf die EU und auf uns zu. Und das ist ein Problem. Ja, und diese Währungsdefizite, diese unterschiedlichen Währungsbepreisungen, die dazu führen, dass ja auch Investoren von Währung zu Währung springen und natürlich solche Währungen noch mehr unter Druck setzen, die sorgen dafür, dass diese Länder in diese Rezessionslagen überhaupt kommen und dass man vor einer Wirtschaftskrise steht und dass man irgendwie versuchen muss, die Wirtschaft für die Zukunft voraus zu planen. Ja, und wie passt Bitcoin in dieses Bild? Ja, Bitcoin löst dieses Problem. Wenn wir uns Bitcoin auf ein Jahr betrachten, dann funktioniert Bitcoin in dieser Form gerade nicht gut als Inflationsschutz. Wer hier investiert hat bei, sagen wir mal, 67.000 Dollar, der ist jetzt gerade natürlich sehr im Minus. Und das, obwohl ja eigentlich der ganze Währungskurs sich dreht und wir eigentlich aufwerten sollten zu einem Dollar, der mit 9,1% Inflation dasteht. Wenn wir uns das Ganze aber mal auf einem längeren Zeitraum anschauen, mal beispielsweise Anfang 2020, dann sind wir jetzt hier mit diesem Kurs von 20.000 Dollar und dem Einstieg damals von 10.000 Dollar immer noch sehr, sehr positiv und wir haben immer noch einen Inflationsschutz. Das heißt, je weiter wir rauszoomen, desto besser funktioniert das. Und richtig interessant wird natürlich die Situation, wenn die Amerikaner jetzt an einen Punkt kommen, wo sie merken, hm, wir können das Geld nicht weiter abhärten, und wir können nicht weiter Zinsen geben, dann kollabiert unsere Wirtschaft. Wir müssen wieder Geld in den Markt reinschwemmen. Und das werden sie tun. Wir können uns das historisch einmal anschauen, hier nochmal im Geldmengenchart der Amerikaner, sagen wir mal hier, wir machen mal den 25-Jahres-Chart, dann sehen wir hier diese Ausweitung, die jetzt zu der Corona-Pandemie passiert ist und der jetzigen Zinserhöhung, die sorgen dafür, dass dieser schnelle Anstieg der Geldmenge erstmal zurückgeht. Und das haben wir in den Phasen immer wieder gesehen. Hier hatten wir Anstieg, dann haben sie es erstmal wieder mit Zinsen erhöht. Hier haben wir einen Anstieg, dann haben sie es mit Zinsen erhöht. Aber langfristig gesehen müssen sie dieses Spiel weiterspielen, weil sonst kollabiert die gesamte Wirtschaft und dann ist die amerikanische Wirtschaft kaputt. Dann wird davon nichts mehr da sein. Das heißt, es ist ein dauerhaftes Spiel zwischen Inflation und Rezession. Das heißt, Geld in den Markt schmeißen und wieder Zinsen erhöhen. Geld in den Markt schmeißen und wieder Zinsen erhöhen. Es ist ein Boom in Bast. Boom, alle Preise gehen hoch, Bast, die Preise gehen runter, die Leute flüchten lieber in den Dollar. So und das heißt, wir müssen eigentlich nur darauf warten, bis die Amerikaner wieder die Richtung wechseln und zwar wieder auf Inflation stellen, also Geldmenge ausweiten. Und dann wird sich das auch auf den Bitcoin-Kurs wieder niederspiegeln. Aktuell ist Bitcoin für die meisten Investoren reines Spekulationsgut. Was passiert aber in dem Moment, wo die Investoren verstehen, was Bitcoin ist und wie Bitcoin funktioniert? Was passiert, wenn Bitcoin an dieser Stelle zu Geld wird? Die Folge könnte sein, dass sich irgendwann jede Währung nicht mehr an dem US-Dollar orientiert, sondern an dem Bitcoin-Kurs orientiert beziehungsweise an dem Bitcoin-Gegenwert. Und das würde bedeuten, dass jede Währung eigentlich aufhört in ihrem Wert zu schwanken, es sei denn, das eigene Land hat ein massives Missmanagement. Und der große Vorteil, der sich daraus ergeben würde, wäre, dass in unserem gesamten globalen Wirtschaftssystem die Länder nicht mehr so stark miteinander konkurrieren, sondern vielmehr die Wirtschaftsleistung dieser Länder. Das heißt, heute konkurriert eigentlich die Geldschöpfung mit der Geldschöpfung. Man versucht, möglichst nah an der Geldschöpfung der Amerikaner ranzukommen und damit die eigene Wirtschaft möglichst gut zu unterstützen. Aber unter einem Bitcoin-Standard, wo Bitcoin die Leitwährung wäre, wäre dieser Hebel den Amerikanern genauso schwierig gelegen wie den Europäern zum Beispiel. Das heißt, wir hätten alle dasselbe Grundgeld, an dem wir uns zu orientieren haben und das in die Regeln festgelegt. Boom und bust gibt es da nicht mehr. Außer in dieser Form, dass wir eben alle vier Jahre das Harving-Event sehen und die Phase in diesem Moment für alle wieder schwieriger wird, weil die Inflationsregeln von Bitcoin sich geändert haben. Und das heißt, die Wechselkurse würden sich irgendwann annähern und die Fiat-Währungen der Länder würden aufhören, im Gegenwert zueinander zu schwanken, sondern wahrscheinlich einen relativ stabilen Gegenwert zueinander haben. Und das würde für viele Länder in gewisser Form eine Chancengleichheit bringen und natürlich dann auch für die Einwohner und für die Unternehmen, was eigentlich gut wäre, was eine globalisierte Welt bedeuten würde, in der eben nicht einzelne Länder konkurrieren, sondern wirklich einfach Dienstleistungen und Produkte, egal, wo sie niedergelassen sind, weil das Geld, woran man sich orientiert, das Gleiche ist. Ja, und Bitcoin ist heute noch nicht dieser Inflationsschutz. Wie wir das gerade gesehen haben, klar, wenn wir rauszoomen, auf jeden Fall, aber in diesen Phasen, jetzt gerade in dem letzten Jahr, sind die Schwankungen massiv. Und diese Schwankungen funktionieren nicht als Inflationsschutz, wenn man sich gerade mal kurzfristig absichern will. Da wird der Dollar und der Euro und die Fiat-Währung in den nächsten Jahren nach wie vor die Nase vorn haben. Aber dafür, dass Bitcoin eben nicht einer Regierung entstammt und einem System, was vorgibt, Bitcoin ist unser Geld, sondern einfach nur frei aus dem Volk heraus entstanden ist, dafür ist es schon unglaublich, wie weit Bitcoin eigentlich schon gekommen ist und seinen Weg in unsere Wirtschaft, in unser Leben gebahnt hat und auch mittlerweile geopolitisch auf diesem Level hier mitspielt. Ja, und wenn wir uns an dieser Stelle mal 2020 anschauen, also ich kriege es jetzt hier nicht ganz genau angezeigt, aber kurzfristig war hier der Kurs auf 3.500 US-Dollar, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und ist dann, als nämlich diese Rezession einsetzte, diese Wirtschaftskrise, weil eben alles stillstand und die Amerikaner dann nur mit Inflation reagieren konnten, mit Geldmengenausweitung, Geld in den Markt reinschütten, damit irgendwie alles überleben kann, da hat Bitcoin massiv davon profitiert und kurzfristig innerhalb von, ja, kürzester Zeit, wir sehen das hier, 2020 bis 2021, also innerhalb von einem Jahr ist er auf über 60.000 hochgeschnellt, das ist eine gewaltige Preissteigerung und das kann auch jetzt in Zukunft wieder passieren, in dem Moment, wo die Amerikaner hier ihre Richtung wieder wechseln müssen auf Inflation. Ja, das heißt, Bitcoin ist gerade günstig und wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann kann ich euch die Bison-App der Börse Stuttgart empfehlen, das ist ein Broker-Service, bei dem ihr einen Bitcoin-Sparplan hinterlegen könnt, wo ihr dann sagen könnt, hey, jeden Monat zum festen Zeitpunkt möchte ich für den gleichen Euro-Betrag Bitcoin kaufen, eben wie so ein richtiger Sparplan, ein sogenanntes DCA oder eher gesagt ECA, ein Euro-Cost-Averaging. Ja, und mit unserem Empfehlungscode Blocktrainer oder dem Link in der Videobeschreibung unterstützt ihr natürlich zum einen unsere Arbeit und ihr bekommt sogar, wenn ihr in den ersten 30 Tagen dann 50 Euro einzahlt und handelt, nochmal 20 Euro in Bitcoin auf euer Bison-Konto, das könnt ihr natürlich dann auch auf die eigene Wallet auszahlen. Also schaut mal in die Videobeschreibung oder den angepinten Kommentar, dort ist das verlinkt und wenn ihr gerade sowieso in der Kommentarsektion seid, schreibt mir doch mal in die Videobeschreibung, was ihr denkt, wann die Federal Reserve, also die amerikanischen Banken, ihre Richtung wieder wechseln müssen, das heißt, wieder auf Geldmengenausweitung setzen müssen statt auf Zinserhöhung und wie das jetzt mit dem Euro und dem Dollar weitergeht. Glaubt ihr, der Euro kann nochmal über den Dollar drüber gehen? Ja, und wenn ihr gerade da unten seid, liked das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.